Hallo meine lieben Zieli-Freunde. Heute habe ich einen interessanten Erfahrungsbericht für euch. Betrifft wahrscheinlich gerade aktuell sehr viele Leute, die was Grippe, Schnupfen, Halsweh haben. Ich bin gestern aufgewacht und meine Nase ist geronnen, verstopft. Natürlich wenn man Schnupfen hat. Ist sehr unangenehm, weil es schmerzt dann. Durch das Reiben mit den Taschentüchern tut es ja weh dann im Laufe des Tages. Mein Tipp, Zieli-Relief, einfach in die Nase sprühen, ein bisschen drauf. Das mache ich alle ein bis zwei Stunden, damit die Nase nicht mehr frei ist. Die Schmerzen sind weniger durch das Taschentuch. Und vor dem Schlafen gehen, ganz wichtig, auch noch mal einsprühen. Die Atemwege und die Nase wird frei, kann viel besser schlafen und ist dann viel angenehmer. Und heute in der Früh aufgewacht, ja, ist schon fast wieder weg. Normalerweise habe ich das immer länger. Ja, zwei, drei Tage. Ich muss dann inhalieren wieder. Irgendwelche Nasensperre von der Apotheke. Ja, vergesst das Ganze. Ja, ist eh nicht gesund. Ja, ich sag mal, Relief sollte in jede Hausapotheke rein. Natürlich in Kombination immer mitten. Seeliswisch. Ja, keine Frage. Aber das Spray kann ich überall mitnehmen, einpacken. Ja, und kann ich alle Stunden, ein, zwei Stunden anwenden. In diesem Sinne, schönen zweiten Advent. Liebe Grüße aus Wien.